Kapitel 1 Blumen, Luftballons, ein Willkommensschild Ich hatte fast ein halbes Jahr und einen Langstreckenflug Zeit gehabt, um mir auszumalen, wie mein neues Leben in den USA starten würde. Worauf ich mich nicht vorbereitet hatte, war die Tatsache, dass ich Mutterseelen allein, ohne Blumen, ohne Luftballons und ohne Willkommensschilds in der Ankunftshalle des Denver International Airport stehen und einen wütenden Dialog mit meinem iPhone führen würde, das sich seit der Landung totstellte. Fast so, als wollte es mir sagen, »Ich weiß, wir wollten das hier zusammen durchziehen, aber ich kann das einfach nicht.« Zum gefühlt hundertsten Mal scannten meine Augen die geschäftige Ankunftshalle, in der Gepäckkarren hupend an Reisenden vorbeisausten und fremde Stimmen aus Lautsprechern plärrten. Doch von Jack, Amy und dem kleinen Liam fehlte jede Spur. Ich kannte die Familie Cooper nur vom Skypen und von ein paar Fotos, war mir aber sicher, dass ich ihre Gesichter nicht übersehen hätte. Noch dazu hatte ich in der vergangenen Stunde niemanden entdeckt, der offensichtlich Ausschau nach seinem Au-pair hielt. Aus meiner anfänglichen Nervosität war nun echte Anspannung geworden. Hatten die Coopers mich vergessen? Den Tag vergessen, auf den ich seit über einem halben Jahr hinfieberte? Den ich mir in sämtlichen Farben und Schattierungen ausgemalt hatte? Ich rief mir unsere vielen Skype-Telefonate, Jacks sympathisches Lachen, Amys warmherzige Stimme und Liams niedliche Kulleraugen in Erinnerung und versuchte, das flaue Gefühl in meinem Magen zu vertreiben. Ich rief mir unsere Kulleraugen in Erinnerung und umgekehrt. Vielen Dank.